Gute Nacht Karl-Heinz. Guten Tag Kurt, wer geht's? Gut geht's. Und dir? Mir geht's auch gut. Ich sei es, friere. Wo bleibt da die Heike? Ja, die Heike, der kommt mir im Vorrat vor Albach. Ach, sie kommt ja gerade. Ah, guten Tag jetzt. Wie, wer geht's dann? Oh, gut. Jetzt säumet rein. Also sind wirt. Komplett. Liebe Zuschauer, so wie gerade gesehen begrüßen sich die Oberhessen in ihrer Sprache. Wir wollen euch das jetzt selbstverständlich auch erklären. Dabei halten wir Tafeln hoch, auf denen ihr das Gesprochene mitlesen könnt. Schritt für Schritt. Noch besser ist es, wenn ihr versucht, es auch zu sprechen. Zuerst habe ich den Karl-Heinz begrüßt und sagte zu ihm, Guten Tag. Guten Tag. So begrüßen wir, wenn zwölf Uhr vorbei ist. Erst am Abend grüßen wir dann wieder anders. Ihr habt diesen Gruß, Guten Tag, bestimmt schon mal gehört. Übrigens in Oberhessen muss man sich beim Begrüßen auch nicht die Hand geben. Die benutzen wir nur bei besonderen Begegnungen. Etwa, wenn man jemanden lange nicht gesehen hat. Oder wenn er von weit her angereist kommt. Beim Begegnungen beispielsweise sagt man zu seinen Nachbarn einfach Guten Tag. Ohne Handschlag natürlich. Dann habe ich gesagt, Guten Tag Kurt, wer geht's? Wie geht's? Und dann habe ich geantwortet dem Karl-Heinz. Gold gibt's. Und dir? Gut geht's. Und dir? Ich habe Kurt geantwortet. Mir geht's auch, Gott. Ich sei sie, Friere. Mir geht's auch gut. Ich bin zufrieden. Und dann habe ich plötzlich Heike vermisst und gefragt, wo bleibt dann die Heike? Wo bleibt dann die Heike? Bevor wir euch den zweiten Teil der Begrüßung erklären, zeigen und sprechen wir noch einmal das bisher Gelernte. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Wie geht's? Gut geht's? Gut geht's an dir? Gut geht's an dir? Gut geht's an dir? Gut geht's an dir. Wo bleibt dann die Heike? Und dann habe ich gesagt, Die kommt mit dem Fahrrad von Albach. Ja, dann hörte ich sie schon und sagte, Ah, sie kommt gerade. Ah, sie kommt gerade. Heike hat uns dann begrüßt mit guten Tag, ihr Zwie. Wer geht's? Guten Tag, ihr zwei. Wie geht's? Gut. Ja, und dann sagten Karl-Heinz und ich zu Heike, Goat. Kie, dass du achkommst. Gut. Schön, dass du auch kommst. Mir blieb dann die Feststellung, Jetzt säume drei. Also se tritt. Komplett. Jetzt sind wir drei. Also zu tritt. Komplett. So, das soll für heute reichen. Ihr dürft euch derart das Video beliebig oft ansehen. Und wir drei sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.